Wir sind heute hier bei Haberg-Loyd-Kreuzfahrten und überreichen das Energieeffizienz-Design-Index-Zertifikat für die Europa 2. Der Energieeffizienz-Design-Index, EDI, wurde entwickelt, um einen weltweit einheitlichen Vergleichsindex für Schiffseffizienz und Umweltfreundlichkeit zu etablieren. Hier haben wir sogar den Fall, dass Haberg-Loyd-Kreuzfahrten sich von sich aus entschieden hat, diese Einstufung für die Europa 2 von uns vornehmen zu lassen. Herausgekommen sind 31 Prozent unterhalb der Referenzlinie. Das bedeutet 31 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu anderen Kreuzfahrtschiffen ähnlicher Größe, was ausgezeichnet ist. Das ist eine kleine Weltpremiere, da bisher noch nie ein Kreuzfahrtschiff ein solches Zertifikat erhalten hat. Ja, wir freuen uns heute natürlich sehr, dass wir als erstes Kreuzfahrtschiff weltweit mit der Europa 2 die unabhängige Zertifizierung EDI von germanischen Leuten erhalten. Europa 2 erfüllt nicht nur im Design und ihrer Hotel- und Gastronomieleistung auf höchstem Niveau 5 Sterne Plus-Standard, sondern dank ihrer technischen Ausstattung auch im Umweltbereich. Umweltschutz war beim Bau der Europa 2 für uns ein extrem wichtiges Thema. Erfreulich niedrige Emissionswerte der Europa 2, für die wir heute das EDI-Zertifikat erhalten haben, liegen vor allem an dem Verbauen modernster Ausrüstung an Bord, aber auch der sehr intensiven Strömungsoptimierung des Rumpfes. Darüber hinaus war aber das Thema Ressourcenschonung für uns auch in anderen Bereichen wichtig, wie zum Beispiel beim Verbauen eines SCR-Katalysators, etwas, was es so auf keinem anderen Kreuzfahrtschiff bis heute gibt. Dieser Katalysator filtert bis zu 95 Prozent aller Stickoxide aus dem Abgas. Wie auch zum Beispiel der sehr modernen Kläranlage, die wir an Bord haben, die auf biologischen Wege die Schadstoffe abbaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017